gut stream schön wenn der stream jetzt wieder angezeigt wird stream wo ist der stream ernsthaft wo ist der stream wie soll ich denn mit dem chat interagieren wenn ich den stream nicht sehe hier so dankeschön ich hoffe der stolz jetzt nicht wieder ab 144p gut sondern kann jetzt auch endlich mal die musik anmachen in 144p bitte gut warte mal ich wollte bei winter kraft gang ich wollte bei winter kraft nicht so viel ich wollte ich wollte bei winter kraft von anfang an so genau ja von vorne und dann ja ja gut also dann ich bin so viele minus ist nicht gut ich muss sehen können ob das flüssig läuft gut mal kann ich jetzt muss ich mit einem konto angemeldet sein kann ich als mode herz moderater kann ich bestimmt nachrichten wöschen wer doof wenn ich mal schlafen gehen ich glaube nicht ich glaube niemand will schlafen ist er noch ja hast von hex o gott sagt in der mund ja da ist noch nichts drin live das hier finde ich ehrlich gesagt nicht so geil da muss ich ganz ehrlich sagen wir haben 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 nicht so viel krassen zeug ich hab halt so gut wie noch gar nichts ganz ehrlich sagen so aber das ding ist weil ich nichts habe ich habe keine fach durch abwackeln werde ich in die richtung ich werde mich ein bisschen runter bauen ich werde ich werde nicht in die richtung meine keine sorge weil ich weiß dass es in die richtung richtung für den winzern geht und ich will ihn ehrlich gesagt nicht beim bauen stören ich weiß ja nicht was er vor hat eventuell hat er etwas großes vor eventuell auch nicht ich weiß es nicht aber ich will ihn ehrlich gesagt nicht beim bauen stören deswegen grabe ich mich auch in diese richtung natürlich sehe ich jetzt überall kies und hey wir haben eisen da ist es doch schon mal vorteilhaft mit den eisen mache ich dann keine schere ihr müsst wissen in irgendeiner folge habe ich ja ich glaube in der zweiten in der ersten habe ich ja gar nichts gemacht gefühlt in der zweiten folge habe ich halt eisen gefunden zwei stück dann habe ich eine schere gemacht weil ich auch kein holz äh kein holz was kein bett hatte so ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ob die musik gut ist oder ich will den ton jetzt nicht anmachen weil dann höre ich alles dreifach und vierfach und dann bin ich ein bisschen bescheuert wie viel haben wir es dann sind 52 ok gut ach natürlich ist ja wieder so viel keys warum warum es überall keys das kann doch nicht sein ich habe die musik kürzer noch muss ich ganz ehrlich sagen verdammt 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 da war glaube ich gar kein keys mehr kann das sein was ist eigentlich die neue diamantenhöhe was ist die neue diamantenhöhe ich weiß es ehrlich gesagt nicht lapis so hoch was seit wann ist lapis auf ebene 40 aber shit lol was ist mit meinem akku los was ist mein ladekabel hier hier moment ich muss noch ein discord aufmachen fällt mir grad ein ähm äh discord omg omg tomas moin moin was so da äh discord im browser öffnen hier ist wasser verdammt das ist nicht so vorteilhaft das ist jetzt unvorteilhaft das kupfer ist ja schön und gut und so aber äh wie wie mache ich das wasser weg das ist die große frage verdammt verdammt ich muss zu meiner base kommen ok hallo ich hab doch gesagt das könnte im browser öffnen verdammt ja ja gamer was es geht grad im chat ab ähm das wasser ist immer noch da ja ne so vorteilhaft ähm ich hab ein kleines problem hier ist wasser wasser äh ja es ist naja farm die sind alle schon im netter gefühlt und ich ähm ja gut ne ähm ich würde ehrlich gesagt das hab ich hier schon was drin ja oder hab ich dieses stein stein hier das lapis rein ähm es gibt neue nachrichten ist das irgendwas besonderes naja ok ist einfach nur ok das ist nix besonderes gehen wir auf einen ruhigen server von dem ich äh wo ich wo nur ein teilnehmer drin ist und zwar ich und aus irgendwelchen gründen heißt das server die halunken ich hab keine ahnung warum ähm moment dann will ich mal wissen es ist mittlerweile tag naja er hat so krasses gebäude das will ich ehrlich gesagt auch sehen ok hier ist noch nix drin oh mein gott so viel weizen holy shit äh äh schreiben wir mal ich würde mir word ups schreiben wir mal ich würde mir nein nicht mit nein nicht mit ja aber schreiben wir nicht wie viel weizen habe ich jetzt eigentlich fünf das reicht für ein brot wow zwei brote ne das ist noch nicht reif oder ist das schon fertig naja ich glaub nicht so warum steht da null zuschauer ich bin doch des streames ja das stream läuft nicht sollte eventuell nicht im discord fenster sein sondern einfach ne das brot ist noch nicht ne das ist noch nicht soweit ne das ist nicht ne ich will das ich will das ehrlich gesagt auch heller machen muss ich ganz ehrlich sagen wo 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 sind meine fackeln hier sind meine fackeln ich hab nur neun stück was ist denn da los ich hab ich hab keine kohle mehr das ist so vorteilhaft ähm ja das wasser soll weg ok ok gut was ist das ist new super mario bros ds glaube ich verdammte scheiße hör auf die ganze zeit in minus zu gehen dankeschön ja äh warum steht die overworld das ist nicht die overworld bist du bescheuert ne wer der idiot hat das hochgeladen glivia sana das ist still sind nicht die overworld das ist quasi level 1 1 das sind die graslevel sozusagen das ist doch nicht die overworld die overworld klingt komplett anders vor allem sind mehrere overworlds sind sie level 1 was welt 1 bis 8 ach komm schon es kann doch nicht sein dass überall wasser ist meine güte ich habe kein holz ich will mich ehrlich gesagt auch nicht einfach so nach unten bauen wenn ich in der labe oder so ein schwachsinn das wäre unvorteilhaft muss ich ganz ehrlich sagen so gut mal schauen wir mal ich habe hier nichts drin habe ich hier irgendwas drin nein ich denke hat flutschi internetprobleme oder hat er einfach keinen bock ich glaube der hat internetprobleme ähhh ja ich habe nix zum ding warum heißt der server eigentlich die halunken ja ok zugeben ich habe den irgendwie so benannt ähm hm ok da geht irgend keine ahnung was da abgeht ich habe kein holz ja das ist unvorteilhaft aber zum glück sind hier ja 30 trillion bäume ich habe die setzlinge in den ofen getan stimmt ähm ja gut ne das 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 sollte man eigentlich nicht machen aber es ist ein anderes thema na immerhin sind sogar drei übrig geblieben da ist ja das ist doch was so ich weiß gar nicht mehr ich habe immer zufällig gemacht in den letzten streams dass ich gar nicht mehr weiß was jetzt kommt oh nochmal news about my bros der ist aber die credits also interessant ich weiß nicht mehr in welche reihenfolge ich das alles hinzugefügt habe muss ich ganz ehrlich sagen ich habe da halt nix sortiert ich habe einfach nur die Lieder mit Lieders meine ich Soundtracks immer eingefallen sind die unbedingende streamplaylisten müssen reingetan und fertig lassen scharf aber du bist doch ihr seid doch fertig das sehe ich doch nein nicht die Weizen so nein 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 nicht nicht dankeschön dann bum bum gut ähm ich soll da nicht so herumrennen zwei Eisen nur zwei Eisen kann man halt aber noch nix machen aber ich wollte mir Leitern machen ich Idiot wir tanzen die doch nicht gleich für Truhen ey ja würde zugeben ich habe eventuell ein großes Lager ich habe ein habe ich Truhen die noch komplett leer sind ich glaube nein hier ist ja hier ist Bruchstein hier ist Kupfer hier ist dieser Stein und hier ist Lapis ja komm jetzt tue ich erstmal hier rein so ich wollte mir Leitern machen richtig din 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 ich sollte damit aufhören ich kann mir drei Leitern machen das ist interessant wo ich hier mal Brot machen nice so also langsam gehen die Hungerprobleme weg das ist eigentlich ziemlich vorteilhaft muss ich die ganze Zeit sagen warum ich einen Bogen im Inventar wo kommt der ernsthaft den brauche ich nicht komm rein du kommst auch rein du auch du auch du auch und du auch und du auch der Bruchstein kommt hier rein so ich brauche zu viele Truhen ey tatsächlich ist oh Gott die Truhe ist voll und das ist das erste Mal dass ich versuche richtig zu lagern ihr müsst wissen ich lagere sonst nie das mache ich halt so gut wie nie jetzt jetzt in diesem Projekt versuche ich es ich will ehrlich gesagt ok natürlich ist da Wasser Gott noch Hilfe warum ist überall was aber es sieht so aus als wäre das Wasser da unten zu Ende ich komme hier nicht hoch das ist unvorteilhaft ähm ich muss das Wasser irgendwie stoppen das passiert denke ich indem ich einfach mal na da muss man boah ich so die Leitung ab nein gut ich denke das Wasser sollte jetzt hier ist noch mehr Wasser aber von wo ja ich mach einfach ach komm schon es kann doch nichts es kann doch nichts sein ich komme hier nicht hoch ähm auf der Seite ist auch Wasser kann ich nicht? oh mein Gott ja das kann ich soo jetzt muss ja das Wasser doch weg sein oder? yeah gut mein Spitzsack ist tot hab ich noch eine? hab ich mir nicht vorhin 30 Quadrillionen gemacht ich hab noch eine ok gut soo was ist ziemlich dunkel hier drin ähm machen wir mal hier eine Fackel hin in der Hoffnung ist ja nein hier kommt kein Wasser rein gut na was ist was ist die neue Höhe für Diamanten das äh würde mich sehr interessieren rissieren uh das sieht aber interessant aus uh komm mal her was die bleibt da interessant oh Gott ah das sieht auch schön aus wir haben hier eine kühle uuuuuh und wir haben Kupfer gefunden das ist da jetzt ziemlich weit nach unten ja das ist jetzt eigentlich doch mal ein Erfolg ja ich hab immer noch keine Eisenspitzsacke ich hab halt noch gar nichts von Zomi herstanden das ist jetzt ziemlich unvorteilhaft So, was haben wir denn hier? Nein, den solltest du nicht dahin pläsen. So, Gott, hör bitte mit dem dummen Englisch auf. Ich hasse es, dass ich mir das angewohnt habe. Das ist auch irgendwie voll unterbewusst. Ich weiß nicht mal, wann ich damit angefangen habe. Und das ist übrigens SMW-Credits. Ich liebe die SMW-Credits, die sind super. So, gut. Da haben wir ja keine Monster. Die Höhle sieht aber echt interessant aus. Hier könnte man was Interessantes draus bauen. Hm, aber... Was kann man machen? Ich habe nicht die geringste Anwendung. Ich habe keine Fackeln mehr. Uh, Eisen. Hier ist keine Kohle. Warum springst du nicht hoch? Dankeschön. So. Ich dachte gerade kurz, ich bin nicht mal live. Das war gerade. Das ist nicht ein lauberer Moment. Ähm, bitte sag mir, dass es immer noch Tag ist. Oh Gott, noch mehr Wasser. Ja, das ist kein Stein. Damit meine ich kein Eisen. Weil das war ziemlich offensichtlich ein Stein. Aber das war kein Eisen. So, dann geht es mal nach oben. Wo geht es denn nach oben? Hier ist noch mal Kupfer. Da habe ich den ja nicht mitgenommen. Bin ich bescheuert? Äh. Oh, hier ist Kohle. Ah, da ist mein Weg nach oben. Ah, das Ding ist... Im Moment, ich kann doch... Das Wasser doch irgendwie... Wegtun machen. Das... Der Satz ergibt keinen Sinn. Eigentlich nicht. So, und... Jetzt müsste doch das Wasser doch weg sein, oder? Oh, ähm... Never mind. Das Wasser ist immer noch da. Kann ich diese Kohle wenigstens... Oh mein Gott, ich kann diese Kohle abbauen. So. Aber es dauert Jahre. Äh, dafür bräuchte man jetzt... Ehrlich gesagt... Dings. Äh, ich habe vergessen, wie die Verzauberung heißt das mal. Oder was atmen kann. Oder was atmen, oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Aber ich will ehrlich gesagt trotzdem nochmal nach oben. Denn... Wo geht es nochmal nach oben? Da geht es nach oben. Ich will... Habe ich Holz? Das ist natürlich nacht. Das ist unvorteilhaft. Ja, das ist... Ja, das ist jetzt doof, aber ich kann... Ich kann das Eisen schon mal hier reintun. Und dann kann ich mir eine Eisenspitzhacke machen. Aber... Nein, das will ich nicht machen. Wenn ihr MCP Untergrund gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich fucking nochmal ein Idiot bin und sehr sparsam bin. Und deswegen... Nicht mit der Eisenspitzhacke abbauen, sondern immer noch mit der Steinspitzhacke. Und ich kann mittlerweile nicht mal rennen, glaube ich. Weiß ich nicht, ich hab's nicht ausprobiert. So. Soll ich mal just for fun... Die Koordinaten von der Tour reinschreiben. Stimmt, es gibt... Nein. Die Spitzhacke hat Vorrang. Warum hab ich eigentlich... So, wir machen eben kurz die provisorische Truhe, die noch wegkommen wird. Keine Sorge. Größer, damit ich hier... Ja, das hast du sehr schön gemacht. Damit ich hier mehr... Meine Güte! Es kann doch nicht so schwer sein, eine Truhe zu setzen. Damit ich hier ein bisschen Shit reinmachen kann, wie das. Und das Keys und die Leitern. Denn ich glaube, ich brauche die erstmal nicht. So. Warum steht da, ich hab null Zuschauer? Ich bin doch selbst ein Zuschauer. Lol. Aber nur, weil ich... Weil ich schauen kann, dass der Chat funktioniert. Mit Chat meine ich das Stream. So, aber... Jetzt kann ich mir... ...einen Eimer machen. Nein, das Schild hat Vorrang. So, damit habe ich ein Schild. Oh, es wird Tag. Es wird Tag. Yes. So. Eisen wird aber... Ich kann mir immer noch einen Eimer machen. Yo. Ich kann mir immer noch einen Eimer machen. Das ist... Das ist... Ja, da sind Zombies. Zerstören nicht meine Tür. Ich habe erst heute... Gerade ist die Aufnahme, die ihr... ...wohin kommen habt... ...heute entstanden. Da habe ich eine Tür verbrannt, weil ich nichts zum Dingsen hatte. Was wollte ich machen? Das Eisenlager. Dann habe ich eine Eisentruhe. Ich glaube, nein. Hier haben wir Bruchstein. Hier haben wir... ...Kupfer. Hier haben wir das. Ja, und hier haben wir Lapislazuli. Bin auf Ebene 40 aus irgendwelchen Gründen. Das ist mir echt neu, ehrlich gesagt. So, dann. Ich wollte mir einen Eimer machen. Eimer. Und eine neue Truhe. Jetzt habe ich gar kein Holz mehr. Super. Na, wir haben ja 30 Quadrillionen Truhen vor mein Haus. Auch nur, weil ich die gepflanzt habe. Hm, ich habe die... Ja, die Truhe ist jetzt doof. Muss ich wohl erst mal hier anfangen. Ich habe das nicht bedacht. So, hey. Nein, nicht die Spitzhacke. Das ist bescheuert. Zuerst mal das dumme Fleisch. Natürlich bin ich jetzt vergiftet. Man kennt's. So. Geht's weiter. Holen uns den Wasser. Und... Hier ist... ...Weizen fertig. Ich kann mir ein Brot machen. Das freut mich. Äh, habe ich noch Setzlinge? Ich glaube, nein. Ja, das ist jetzt... Das ist so vorteilhaft. Ich kann keine neuen Bäume pflanzen. Aber wir haben hier noch 30 Millionen Bäume angepflanzt. Das wird mindestens... Ich werde mindestens ein Setzlinge kriegen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre komisch, wenn nicht das ein Schaf. Da war, glaube ich, schon einer. Und hier ist ein neuer Baum direkt gespawnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Haus sieht von draußen echt hässlich aus. Ähm... Ja, gut, ne, das sieht nicht so geil aus. Aber von innen... Von innen sieht das... Aber noch nicht so geil aus. Aber wir haben hier eine... Wir haben hier... Den MCP-Untergrundraum. Der für mich sehr... Wichtig ist. Naja, ich habe immer noch keine Idee, was hier hinkommt. Ich wollte mir Brot machen. Und Holzkohle, ich Idiot. Meine Güte. Ach, hier ist Kupfer drin. Ah, okay. Tun wir ein bisschen hier von rein. Wolle ich mir mehr Holz holen. Also Super Mario Sunshine. Ja, ich habe ein Setzling. Nice. Super Mario Sunshine. Oh mein Gott. Ich wollte es bei Gelegenheit eigentlich mal durchwinden. Ich habe es angefangen, aber... Ich habe es nicht... Ich habe es nicht durchgezogen. Das heißt, ich werde irgendwann nochmal von vorne anfangen bei dem Game. Weil ich muss zugehen, wenn ich wirklich weit... Also ich könnte eigentlich weitermachen. Aber ehrlich gesagt, werde ich dann neu anfangen. So. Aber ich mag die Sunshine Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Ich wollte mir Holzkohle machen. Aber da der Ofen gerade... Aber das tun wir hier. Ich brauche auch was zum Verbrennen. Idiot. So. Gut, aber... Weil ich gerade kein Holz mehr habe... Nein, ich... Bitte nicht. Dankeschön. Muss ich mir wieder Holz holen. Hey, wo ist das... Wo ist der Weizensamen? Dankeschön. War hier nicht noch Holz? Egal. So. Ich denke, ich mache auch so Schilder hier hin. Bitte neu pflanzen. Wenn ich nicht rüber gehen muss. Lol. Das ist... Natürlich kann jeder sich hier an den... Bäumen bedienen. Aber ich denke, ich würde es geil finden, wenn man die Bäume auch dann instant wieder pflanzt. Jetzt haben wir wieder so einen beschissenen Baum. Das ist... Das ist scheiße. Ich mag jetzt solche Bäume nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, warum existieren die? Und vor allen Dingen, warum hier? Hier ist nicht mal ein anderer Baum in der Nähe. Der ist noch nicht gewachsen. Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Meine Minekraft? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das dauert halt zu lange, so einen dummen Baum komplett abzubauen. Das Ding ist, ich muss den auch komplett abbauen, weil sonst... Gehen die Blätter nicht weg. Das finde ich... Das finde ich nicht geil. Ich meine, ich könnte theoretisch auch einfach eine Schere nehmen und dann... Erhalte ich auch diese dummen Blätter. Aber ich brauche die, glaube ich, gar nicht mehr. Ich habe halt schon... Den... MCP-Unterkundraum ein bisschen geschmückt. Mit Sheddy. Ich habe jetzt voll viele Setzlinge. Ja, guck dir das an hier, wie viele Setzlinge einfach hier sind. So viele Bäume habe ich nicht mal gepflanzt. So, kann ich mit Holz ersetzen. So, ja. Squad rät weiter. Das finde ich cool. Warum steht da schon wieder, dass ich null zuschob. Das ergibt keinen Sinn. So. Ich habe kein Holz, aber gleich schon. So. Gut, gut, gut. Dann geht es jetzt ins wundervolle Lager. Und schon wieder hier irgendwelchen Schwachsinn rein, wie das. Und ähm... Kupfer haben wir, glaube ich, hier. Ja, das ist hier. So, mein Gott, habe ich viele Benachrichtigungen. Holy Shirt, Moment. Ich mache die Benachrichtigungen kurz weg. Das regt mich auf. Äh, wo kann ich denn? Na hier. Oha, minus 1 Grad. Das ist... Das ist sehr warm. Gut, dann... Ähm... Hier, äh... Abschirmung aus. So. Gut, das ist übrigens Mario 64. Kreditsmusik. Ich sollte aufhören, die ganze Zeit zu sagen, was es für Musik ist. Ich habe mir gar keine Fackeln gemacht. Habe ich... Habe ich irgendwo die Holzkohle rausgeholt? Ja, habe ich. Ich muss mir doch Fackeln machen. Warum habe ich noch die Weizensammel-Inventar? Und dann nimm nur noch Platz weg. So ein Schwachsinn. Also, ähm... Mario 64 ist super aufgeräumt. Nein, das ist nicht. So. Da habe ich meine Fackeln hin. Wenn man so ein bisschen heller ist hier. Gut, dann haben wir hier einen. Es ging irgendwo nach unten. Aber die Frage ist, wo das war hier? Yo, schau dir das mal an hier. Aber ehrlich gesagt, stört das ein bisschen. Deswegen werde ich das immer unterbrechen. Ja. So macht man das. Ich muss hier hochkommen. Ich werde mich eh so verlaufen. Aber das ist egal. Wir haben hier mehr Kupfer. Super viel Kupfer. Das war nur ein Kupfer. Das ist nicht mein Schwert. Okay. Puh. Frage. Wäre es asozial, mir Zucker rauszuklauen, aber das dann direkt wieder mit, äh... Knochenmehl neu zu pflanzen, sodass nichts auf... ...fällt. Was ist gerade passiert? Hilfe. Das war weird. Aber das Eisen, das freut mich. Kann man die... ...diese Teile eigentlich mit einer Schere abbauen? Ich habe keine Ahnung. Hallo. Ja, hi. Was geht ab? Gold. Okay. Nein, 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 nein. So. Das ist Undertale. Undertale, Undertale. Okay, oh mein Gott. Das ist, das ist nämlich mal eine Cave. Das ist nämlich eine Cave. Aber das Ding ist, warum... Warum ist hier so viel Kupfer, ey? Ich glaube, ich könnte das Kupfer eigentlich einfach... Ich könnte das ganze Kupfer verkaufen. Würde es ein... ...würde es ein Shopping-Distract geben oder nicht? Muss ich mal fragen. Ich meine, ich habe Kupfer zu verkaufen. Ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Kupfer anfangen soll. Ich habe nur eine Sache vor mit Kupfer. Und das ist... Äh, das Fährenrohrbedarf muss ich mal das andere Material finden, von dem ich nicht weiß, wie es heißt. Das ist so viel Kupfer, ey. Ja, ich kenne, ne? Ich weiß, wie der, wer sich gerade fühlt. Muss ich uns ehrlich sagen. Hier ist so viel Kupfer. Ich meine, wenn es kein Shopping-Distract gibt, dann... Na, ich habe noch keine Idee, was ich baue dann. Weil selbst wenn es einen gibt, kann ich dann natürlich auch Sachen bauen. Stimmt auch wieder. Vermutlich. Hoffe ich mal. Wenn nicht, ist doof. Aber was würde ich denn als Shop bauen? Das ist eine gute Frage. Muss ich mal überlegen. Ich habe keine Rüstung, deswegen... Oh Gott. Ich bin in einer Höhle. Das ist jetzt unvorteilhaft. Wie viele Leute sind wir auf dem Server? Ja, okay, ganz viele. Das heißt... Es werden nicht so viele ins Bett gehen, vermute ich jetzt mal. So. Oh Gott. Shit. Oh, Moment. Ich bin in einer Höhle. Ich bin in einer Höhle. Ich beeile mich. Wo geht es denn nach oben? Geh, kurz Nässe oder so. Äh, ich kann kurz lieben. So. Wie lange dauert denn das? Warte mal, bis hierhin, bis Tag ist. Ich weiß nicht, wie lange die Bettanimation dauert, bis es Tag ist. So. Gehen wir wieder rein. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was so abgeht. Ich frage mal, kurz nach. Ist Tag. Tag. Ah, okay, gut. So. Ich weiß gar nicht mehr, von wo ich kam. Hm. Hier geht es nach oben. Das heißt, ich komme woanders. Was meine ich? Ich bin woanders weitergegangen. Ich glaube, hier lang bin ich gegangen. So. Ja, ich bin da lang gegangen. Hier bin ich lang gegangen. Hier war doch der Enderman, oder? Ich habe keine Ahnung. Nein, nein, nein. Ich, ich, nicht. Pause. Ich bin noch live, gut. Das Omnit-Ding war... Zugebenermaßen, ich muss sagen, Omnit Arcade hat auch ein paar positive Seiten. Wenn das Style weg ist, dann weiß ich, ich bin nicht mal live. Ähm. Das ist ein anderes Thema. Wir haben jetzt diesen Stein hier. Nicht mit der Stein, nicht mit der Eisen abbauen. Kann man den mit Steinen abbauen? Ja, kann man. Ähm. Ich finde es schade, dass die Zuschauerzahl sind. Ich will die, ehrlich gesagt, nicht wissen. Ich will nicht wissen, wie viele Leute mir zuschauen. Ähm. Die Plattform Omnit Arcade ist die beschissenste Plattform, die ich je gesehen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war da mal eine Zeit lang sehr aktiv. Ich habe da irgendwie täglich gestrumped oder so. Weiß ich auch nicht mehr. So. Oh mein Gott. Dauert das lange, das so abzubauen. Ähm. Ja. Es ist ein bisschen ja... Ich bin gleich wieder da. Ich werde den Server lieben. Nicht, dass er mich hier irgendwas angreift. Und ich glaube, ich werde mich auch einbauen, ob nichts passiert. Ähm. Ich werde die Musik gleich weiterhören. So. Ähm. Wo haben wir denn Makanya? Oh mein Gott, stimmt. Äh. Oder auch nicht, weil... Oh mein Gott, doch. Es wird angezeigt, aber... Es war fucking spät. Ähm. Wollen wir es hier einblenden? In... Na. Alter, das klingt scheiße. Sieht scheiße aus. Äh. Klo. So, ich bin gleich wieder da. Die Musik geht aber weiter. Keine Sorge. Stört, ich habe ausgemacht. Ja, doof, man sieht... Oh Gott. Ja, das werde ich sowas von zensieren in der Aufnahme. Ja, jetzt wurde ich gelieft. So. Durch woanders hin? Es geht gleich... Es geht jederzeit weiter. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich bin gleich wieder da. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ist nur mehr Eisen. Ich nehme das ganze Eisen mit, was ich finde. Oh Gott. Warum hat der denn ein Eisenschwert? Holy shit. Hat er leider nicht gedroppt. Ist das eine Spinne oder ist das ein Spawner? Das sind halt super viele Monster. Ich sehe gerade im Stream, sieht man gar nichts. Das ist jetzt nicht so geil. Oh Gott, das ist eine Spinne. Oh Gott, das Zombie hat mich gesehen. Ähm, okay. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Rüstung, ehrlich gesagt. Wenn ich hier irgendwas machen kann. Oder das Kupfer. Hey. Aber ich nehme es mal mit. So. Vielleicht kann ich das verkaufen. So. Dün, 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 dün. Okay. Wir haben so viel Kupfer, glaube ich. Und wahrscheinlich voll wenig Eisen. Aber. Jetzt kann niemand mehr sagen, dass ich in keiner Höhle mehr war. So. Ich muss jetzt leider raus, auch wenn ich gerne weiter erkunden würde. Aber ich habe keine Fackeln mehr. Und diese Riesenmine. Mit Mine meine ich Höhle. Oh mein Gott. Die ist voll von Monstern. Das ist ein bisschen unvorteilhaft. Und das ist mein Verbindnis wieder nicht stabil. Das ist ein bisschen schade. Hier ist nicht die Leiter. Ist da hinten. So. Ach ne. Moment. Was mache ich da? Ich Idiot. Jungs. Pech gehabt. What? Dün, 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 dün. Okay. Totend interessant. Ich verkaufe Kupfer. Ja, alle bestimmt zu sagen, was Shopping Distript angeht. Okay. Gut zu wissen. Ah, ich habe eine Lapis Dings. Ich habe eine Lapis Truhe. So. Ja, das würde ich auch so machen. So, dann. Ich brauche einen Faden. Stimmt. Ich brauche einen Faden. Oh, alter. Äh. Hier. Ich hoffe, ich brauche nur einen Faden. Was ist das denn für ein Block? Roheisenblock? Roheisenblock? Was? Ich habe von dem Blatt noch nie gehört. Wo kann man eine Leine machen? Ähm. Man hat voll viele Fäden. Holy shit. Ähm. Ähm. So. Gut. Ich habe halt so viel Kupfer. Das ist nicht mehr normal. Ähm. Den, den. Alter, so Legend of Zelda Ocarina of Time. Das muss ich irgendwann auch mal durchzocken. Zelda Ocarina of Time. Ja, wer fail, wenn es nicht so ist. Ja, das ist gut. Irgendwann. Irgendwann. Ich glaube, das gibt es sogar mittlerweile. Und das wird schon online. Lass uns gedacht, das finde ich nicht geil. Beispiel haben wir das 2040. Okay, interessant. Ah. Ding, 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 ding. Ich habe so viel Kupfer. Ey, was? Weil jetzt dann habe ich so wenig Eisen. Ich habe halt so gut wie gar kein Eisen. Ich habe nicht mal Diamanten. Ich habe nicht mal Diamanten. So. Ich sollte damit wirklich einmal aufhören. Wie gesagt, irgendwann gibt es einen 10-10-Stunden-Zusammenschnitt davon. Ah, hier habe ich Kupfer drin. Ne, habe ich nicht. Habe ich noch so einen Stein? Nein, habe ich nicht. Wer sind diese Steine eigentlich? Oh Gott. Ist das ein langer Name. Kann der überhaupt wachsen? Ich glaube, nein. Nein, aber das ist erstmal gut so, weil im MCP-Untergrund kann der Setzling, so wie er da steht, momentan auch nicht wachsen. Also alles so, wie es sein soll. Und wenn er doch wachsen kann, dann hoch. Ist unvorteilhaft. So. Wir haben so viel Kupfers. Ich glaube, in irgendeinem wird wieder scheiße. Bin ich im Server getrennt? Ja, das ist unvorteilhaft. Und der Stream lädt nicht. Der Stream lädt nicht. Dabei ist er schon auf 144p eingestellt. Die Musik ist auch auf 144p eingestellt. Das ist jetzt sehr, sehr unvorteilhaft. Mir bleibt halt nichts übrig, außer zu warten. Zahlt jetzt nicht so geil. Das wäre schön. Und der Stream ist weg. Okay. Gut. Ich bin gleich wieder da.